Hallo meine lieben Digierter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren KDEMO Event Video hier auf meinem Kanal und heute kam eigentlich auf KDEMO ein neues Update rein, wo auch die Webseite mit erneuert wurde und zwar habe ich die hier noch offen allerdings eine Betonung mit eigentlich, weil um 14 Uhr circa wurde das ganze wieder zurückgenommen, weil die neue Webseite, so wie ihr hier seht, jetzt noch Probleme hatte und deswegen haben die dann nochmal ein Rollback gemacht und die Webseite ist jetzt wieder ganz normal hier dann verfügbar, aber da ich die Tabs noch offen hatte, wollte ich das einfach mal schon mal als Gelegenheit nutzen, euch das dann trotzdem zu zeigen, wie die neue Webseite denn ungefähr jetzt aussieht. Klar kann ich jetzt natürlich nicht Sachen zeigen, die außerhalb der Tabs, die ich offen habe, liegen. Also so jetzt, wenn man hier irgendwo drauf gehen würde, das kann ich natürlich jetzt nicht zeigen, weil man dann wieder auf der alten Webseite landen würde. Aber so sieht das auf jeden Fall jetzt grob erstmal aus und wer diese Optik schon ein bisschen kennen wird, der weiß, dass hier das ganze auf Digimon Super Rumble basiert. Also beide Webseiten haben einen ähnlichen Aufbau. Alleine wenn man hier reinschaut, auf der Hauptseite von Digimon Super Rumble, hier oben ein Spieler für Video, genauso wie hier bei Digimon Masters. Dann haben wir hier dieses Hauptmenü hier und hier auch sogar mit einem animierten Game Start Button. Wenn man da so drüber geht und dann wieder runter, dann wird das ganze so animiert. Und ja, beim Digimon Super Rumble hat man dasselbe, hier mit Game Start, Update, Announcement und so weiter. Dann, wenn man hier runter scrollt, ebenfalls dieses selbe Kärtchen-Prinzip wie bei Digimon Super Rumble auf der Webseite. Und wenn man dann weiter runter geht, sind hier so die Announcement und die aktuellen Updates. Da kann man dann in dem Fall, wenn das dann irgendwann mal funktionieren sollte und die das dann wieder online schalten, dann auf die einzelnen Sachen gehen und ja, sich dort dann die Infos herholen. Genau. Dann haben wir hier auch noch eine Übersicht über die Starter-Partner-Digimon. Also einmal Gaomon, Lalamon, Agomon und Falcomon. Hier mit, ja, wunderschönen Artworks auf jeden Fall. Und dann haben wir auch hier eine Übersicht über die grundlegenden Stats, auch wenn das bei den Rookies nicht allzu viel meiner Meinung nach bringt, diese hier, also die Rookie-Stats aufzulisten. Vor allem, weil das ja nicht in dem Fall alle Stats dieser Digimon sind, aber trotzdem. So eine grundlegende kleine Info zu den Startern ist auf jeden Fall hier gegeben. Und zum Schluss haben wir hier noch eine Digital Gallery ganz unten, wo man auch auf mehr Fotos und mehr Videos gehen kann. Hier haben die sich dazu entschieden, das Ganze mit Shine Greymon, Rosemon, Mirage Gaogamon und Ravemon in ihrem Burst-Modi auszuschmücken. Und in der Mitte ist das aktuelle, zumindest, ich weiß nicht, wie aktuell das jetzt noch auf K-Demo ist, The Glory of Tamers Event. Ob das noch läuft oder nicht. Aber so sieht auf jeden Fall grob schon mal die Hauptseite, also die Startseite von Demon Masters Online auf K-Demo, also beziehungsweise K-Demo aus. Und, ja, wird sich aber dann noch irgendwann mal wieder dazu zurückbewegen. Aber jetzt im Moment sind wir wieder bei dem alten Design. Und, ja, so sah das dann heute auch aus, als man in die Update und in die Promotion-Übersicht reingegangen ist. Also, hier alleine sieht man schon, dass das nicht vernünftig hier funktioniert hat, weil hier, das hier müsste nämlich eigentlich der untere Rand von der Webseite sein. Aber dieser ist jetzt hier mittendrin und wenn man dann unterscrollt, fehlt das, wie gesagt, hier unten. Also, verstehe ich schon, warum die das nochmal zurückgerollt haben. Aber, gut, da wollen wir natürlich jetzt dann schauen, was denn das neue Update beinhaltet. Beziehungsweise, die Sachen, die hier jetzt drinstehen, sind nicht mehr aktuell in dem Fall, weil Homepage Renewal, das wurde zurückgezogen. Und wenn wir hier in die neue Update-Übersicht reinschauen, da fehlen in dem Fall die Update-Auflistungen. Aber hier war zum Beispiel auch noch ein Trial-Member-System hinzugefügt worden. Das hat aber nichts mit der Masters-Membership zu tun, sondern ist was an völlig anderes. Und zwar, das betrifft Account-Erstellung. Also, wenn man sich einen neuen Account erstellt, wird man ab jetzt, in Zukunft, dann die Möglichkeit haben, zu wählen, ob man einen normalen Account erstellt. Ein, wie wir sie jetzt alle kennen, also ohne irgendwelche Einschränkungen und sonstige Sachen. Und dann gibt es, wie gesagt, einen Trial-Member, beziehungsweise Experience-Member, wie das hier heißt. Und das bedeutet, dass man mit ID und Passwort sich einloggen kann, also beziehungsweise damit einen Account erstellen kann. Und dann für 15 Tage das Spiel regulär, also mit diesen ganzen Einschränkungen, die normale Spieler mit normalen Accounts nicht haben, dann das Ganze spielen kann. Und sobald die 15 Tage abgelaufen sind, kann man das dann zu einem ganz normalen Account umändern. Dann verstehe ich nicht so ganz, warum man sowas dann speziell einführt, weil, ähm, da macht es doch von Anfang an mehr Sinn, direkt auf einen normalen Account zu gehen. Weil, ja, so ein Trial, also wie so ein Demo-Account quasi zur Verwendung, um mal ein Spiel reinzuschnuppern für 15 Tage. Aber dafür dann halt Sachen, die hier aufgelistet sind, nicht zu haben, die zum ganz normalen Spielgeschehen dazugehören. Also, dass man, na gut, die Spielzeiteinschränkung, gut, die ist natürlich mit 15 Tagen bei der Trial-Membership dann klar. Ähm, aber hier kann zum Beispiel, ähm, bei einem Trial-Account kann ID und Passwort nicht gefunden und gemanagt werden, zum Beispiel. Keine Möglichkeit, auf, äh, Zweifach-Authentifizierung zurückzugreifen, was die zum Beispiel haben. Wir warten ja immer noch drauf, dass wir irgendwann mal Zweifach-Authentifizierung bekommen. Aber bei denen gehört das zum Standard dazu. Ähm, warum auch immer man in Community-Aktivitäten nicht teilnehmen kann, wenn man diese Trial-Membership hat, verstehe ich nicht. Gut, Cash Recharge, also dass man nicht irgendwie aufladen kann und den Cash-Shop nicht benutzen kann. Gut, warum die das einschränken, verstehe ich in dem Fall auch nicht groß, aber gut. Aber was für ein Neuspieler für ein Spielerlebnis dann in dem Fall, dann haben, wenn sie die Trial-Membership auswählen, wenn sie keine Möglichkeit haben, direkt am Anfang irgendwas, ja, zu erwerben. Also, das ist ja eigentlich nicht im Interesse von Move-Games, beziehungsweise sollte das eigentlich nicht sein, dass man nicht irgendwie Geld reinstecken kann. Man kann auch nicht an Webseiten-Events teilnehmen, man kann, ähm, weder auf das Mail-System zugreifen, Consignment Exchange, also man kann nicht, ähm, einen Shop aufstellen, auf Consignment Storage zugreifen und auch nicht, ähm, persönliche Transaktionen machen, also nicht traden. Was ist das für eine, also, warum sollte man sich für 15 Tage einschränken? Man kann auch, ähm, kein zweites Passwort festlegen, wenn man die Trial-Membership da benutzt. Man kann auch keiner Gilde joinen, wenn man diese 15 Tage, ähm, Trial-Membership, ähm, nicht nimmt. Und, man kann anscheinend Tamer und Digimon nicht auf 81 oder höher, also man kann dann nur anscheinend bis maximal Level 80 leveln, innerhalb dieser 15 Tage. Und, wo ist da der Sinn? Also, ich verstehe überhaupt nicht, warum man diese 15 Tage Trial-Member-Account-Variante wählen sollte, wenn man diese Sachen in dem Fall nicht hat, die zum ganz normalen Spielgeschehen eigentlich dazugehören. Na gut, ist anscheinend hier hinzugefügt worden, aber fehlt, wie gesagt, in der neuen Variante, äh, von dem Update, also in der geupdateten Version jetzt auf der alten Webseite. Also, das war, das ist wahrscheinlich dann ein Feature, was hauptsächlich auf der neuen Webseite verfügbar war, aber auf der alten dann nicht und deswegen, äh, da jetzt nicht mit dabei steht. Gut, Homepage, Renewal, gut, dass das jetzt nicht, ähm, mehr aktuell ist, bis das gefixt wird, oder beziehungsweise die Probleme, die mit der neuen Webseite sind, dann gefixt werden. Sieht man ja jetzt, dass die alte wieder zugänglich ist. Das Problem bei der neuen war auch noch, äh, also nicht nur jetzt solche Sachen wie das hier, also diese Fehler, sondern, ähm, dass man auch ohne VPN nicht auf die Webseite zugreifen konnte, zumindest, ähm, außerhalb von, ähm, Südkorea nicht. Während man die normale Variante, also die alte, ähm, Webseiten-Variante, ganz normal, nachdem die wieder darauf zurückgeschaltet haben, konnte man da auch wieder ganz normal ohne VPN drauf zugreifen. Aber ja, so, für, für die geupdateten Notiz, wie gesagt, fehlen in dem Fall die beiden Updates, die hier oben mit dabei sind. Gut, die restlichen Sachen sind aber in den Notizen jeweils enthalten, deswegen gehen wir das trotzdem einmal durch. Also wir haben einerseits die Events jetzt da an Anubis Mon Request, aber, ähm, ich nehme das schon mal vorweg, alles, was hier an Events reingekommen ist, betrifft eigentlich nur das EP-Event, was auch bei uns aktuell noch läuft. Also da wurden nur die EP-Dailies ausgetauscht und hier sind weiterhin Option-Change-Storms und Number-Change-Storms verfügbar. Das Ganze geht bis zum 13. September dann noch. In dem Fall. Also bei denen und mal gucken, wie lange es dann bei uns dann gehen wird. Aber ja, Anubis Mon's Request ist dazu gehörig Event Nr. 1. Da gibt es dann den NPC-Event-Manager, oder beziehungsweise EP-Manager Anubis Mon im DATS-Center. Dort bekommt man dann eine Deli-Quest Anubis Mon's Request. Dafür muss man dann 20 Very Hard Ore zusammensammeln. Diese droppen von bösen Digimon in Shinjuku, File Island oder, beziehungsweise und oder Spiral Mountain. Das heißt, da ist es egal, wo man dann dort hingeht. Shinjuku, File Island oder Spiral Mountain. Überall dort kann man durch das Besiegen von bösen Digimon diese Very Hard Ore dann zusammensammeln. Die 20 Stück, die man benötigt. Und wenn man diese Quests dann abgibt, bekommt man 15 EP und ein Gratitude Stamp A, welcher für das EP-Crafting-System benötigt wird. Dann haben wir Event Nr. 2 mit dabei. Security Enhancement Nr. 1. Da gibt es dann den NPC-Security-Manager Vajiramon im DATS-Center. Dort bekommt man dann eine Deli-Quest Security Enhancement Nr. 1. Dafür muss man dann 30, das müssten, glaube ich, Amadillo-Mons sein, aiming for EP besiegen. Diese spawnen in Western Village Outskirts. Da wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass es auf mehreren Punkten auf der Map dann verfügbar ist in größeren Mengen. Das heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein, diese Quests dann zu machen. Und wenn man das Ganze dann erledigt hat und abgibt, bekommt man 10 EP für das EP-Crafting-System. Dann haben wir noch Event Nr. 3 mit dabei. Security Enhancement Nr. 2. Da bekommt man dann eine Deli-Quest Security Enhancement Nr. 2 vom NPC-Security-Manager Vajiramon. Dafür muss man dann einfach mit dem NPC Passionate Digimon Banjo-Leomon in Infinite Ice Wall reden. Und dann hat man die Quests in dem Sinne erledigt, kann die abgeben und bekommt dann 10 EP für das EP-Crafting-System. Dann haben wir Event Nr. 4 mit dabei. Skill Test heißt die in dem Fall. Da bekommt man dann, wenn man die Deli-Quest Security Enhancement Nr. 2 abgeschlossen hat. Also die hier. Dann bekommt man eine Deli-Quest Skill Test von eben diesen Banjo-Leomon-NPC. Also Passionate Digimon in Infinite Ice Wall. Dafür muss man dann 20 Tokens zusammensammeln. Diese droppen von allen Gegnern in Glacier Area. Das heißt, da ist es egal, ob man in Infinite Ice Wall das macht oder z.B. in Snowman Village, Snowstorm Village. Das ist vollkommen egal. Und wenn man das Ganze dann erledigt hat und abgibt, bekommt man 15 EP für das EP-Crafting-System und den anderen Gratitude Stamp, in dem Fall B. Dann haben wir noch Event Nr. 5 mit dabei. Anubismons Gratitude Gift. Dann, wenn man diese Queste Daily Anubismon Request und die anderen, also eigentlich alle anderen hier erledigt hat. Mit Deli-Skill Test, Security Enhancement 1 und Security Enhancement 2. Also alle vorhergehenden Event Dailies erledigt hat. Dann bekommt man beim EP-Manager Anubismon die Daily Quest Anubismon Gratitude Gift. Und dann muss man einfach nochmal mit ihm reden, um die Quest abzuschließen. Wenn man diese Quest abgebend, also erledigt hat, bekommt man 10 EP und eine Gratitude Coin. Und ein sogenannte EP Gift Box kann mit diesen Gratitude Coins gecraftet werden. Mit 5 von diesen Gratitude Coins kann man sich eine EP Gift Box craften. Und aus dieser EP Gift Box bekommt man dann zufällig raus entweder 10 EP, 20 EP, 30 oder 40. Und damit sind wir mit den Event Dailies soweit durch. Jetzt sind wir beim EP Exchange schon angekommen. Wie gesagt, das geht bis zum 13. September jetzt dann. Bei denen. Und also noch zwei Wochen. Das heißt, bis es soweit sein wird und wir irgendwas Neues in EP Exchange Event reinbekommen werden. Also hoffentlich wieder ein paar cooles oder ein cooles Ziel. Wird das noch drei Wochen dauern. Weil wir ja nächste Woche erstmal das Event bekommen werden. Und dann, wie gesagt, wird es dann nochmal zwei Wochen dauern, bis wir dann was Neues dann bekommen. So. Ja, wie gesagt, da sind weiterhin die Option Change Tones und Number Change Tones verfügbar. Jeweils für sieben von den Thank You Stamps oder den Gratitude Stamps in A oder B. Und 60 EPs jeweils. Und gut, die restlichen Sachen sind die üblichen Sachen, die bei den EP Events immer dabei sind. Und dann, ja, für Login-Zeit gibt es bei drei Stunden dann drei Fruit of the Goddess. Zwei Random Mid-Class Data Boxen und eine Wrapped Energie Aura für einen Tag. Und Samstag und Sonntag für vier Stunden gibt es dann drei Fruit of Ictrasil. Eine Super Amplification Booster plus 1000% für eine Stunde. Und Ultimate Digi-Clone Cube gibt es auch noch hier in dem Fall. Also ein Mega-Digi-Clone Cube. Und Game-Modification und Supplement Works gibt es in dem Fall nicht. Also keine ansonsten Nennenswerten noch. Und dann haben wir natürlich noch die Shop-Sachen, die reingekommen sind. Angefangen natürlich wie immer mit dem Data Summon Ticket Legend. Da sind in dem Fall jetzt aktuell dabei Alphamon Orican Awaken, der Beta-Faktor. War Box, äh, War God Box of Destruction and Regeneration. Was in dem Fall die Evolution Items in einer Box zusammengefasst für Susanna Mon Shin sind. Und als letztes ist noch der Ziel Zero-Unit-Ring mit dabei. Als Zero-Unit-Accessory dieses Mal. Und gut, Evolution Data Extraction Kit ist standardmäßig immer dabei. Wie immer bei den beiden gilt, also bei Alphamon Orican Awaken und Susanna Mon Shin. Beide haben bei der tradbaren Variante eine 100er Pity. Und bei der charaktergebundenen Variante eine von 70. Dann haben wir noch einen zweiten Data Summon Ticket Legend, der reingekommen ist. Das betrifft aber in dem Fall wieder den Omega Mon Alpha Faktor. Da wie immer eine Pity von 150. Ein Ticket braucht man da zum ziehen. Bei den anderen hier sind es immer zwei Tickets, die man zum ziehen braucht. Also pro ziehen natürlich. Und ja, mehr muss ich da glaube ich nicht dazu sagen. Omega Mon Alpha Faktor ist wieder mit dabei. Warum auch immer man den auf diese Art und Weise holen sollte. Und nicht einfach die kostenlose Quest macht. Und dann haben wir noch als drittes mit dabei. Die Ultimate Tamer Skills sind wieder mit dabei. Einerseits in der Eintages Variante, 7 Tage und 30 Tage Variante. Das sind in dem Fall wie immer dieselben Varianten, die auch regulär im Cash Shop sind. Nur eben mit einem geringeren Cooldown. Und dann 11 Crown für die Eintages Variante, 35 Crown für die 7 Tage Variante und 69 Crown jeweils für die 30 Tage Variante. Dann haben wir die zwei Digi Auras wieder mit dabei. Reinforced Digi Aura X und Y jeweils wie immer in den 30 Tage Varianten. Kosten wie immer 59 Crown. Und haben einerseits die X Variante Attack Power. Also AT plus 250. HP plus 1200 und EXP plus 200%. Und die Y Variante gibt einmal T plus 300 und HP plus 1300. Dann ist auch wieder das Apokalimon Advent Package mit dabei. 598 Crown beinhaltet wie immer die vier Souls, die man benötigt, um Apokalimon Psychic zu hatchen. Plus den Ride Mode und noch eine Energie Aura für 30 Tage. Dann ist auch wieder das Rapid Transcendence Package Revitalization anscheinend mit dabei. Kostet wie immer 149 Crown und beinhaltet 3 Reamon de Geek Level 4 bis 5. Dann 10 Mid-Class Transcendence Conversion Chip Exchange Coins. Womit man sich dann genau die Mid-Class Transcendence Convert Chips, die man haben möchte, dann craften kann. Eine EXP Sapphire Box Level 100, womit man sein Digimon, was man hatcht, direkt auf Level 100 packen kann. Und dann 20 Fruits of Hormio Stars sind ebenfalls noch mit dabei. Dann sind auch wieder die beiden Packages einerseits für Kaiser Greymon und für Magna Garorumon verfügbar. Kosten die mal 249 Crown jeweils. Und beinhalten alle Shining Spirits jeweils, die man benötigt, um das jeweilige Digimon dann hatchen zu können. Und dann auch noch jeweils Fruits of, das müssten ja glaube ich Fruits of Champion sein, 5 Stück dann. Und dann sind auch wieder 2 Deck-Packages, also 2 Deck-Buff-Packages verfügbar. Einerseits das Deck-Buff-Package für Omega, also für den Omega-Deck-Buff und den Night of Vaccine-Deck-Buff. Beide sind in dem Fall verfügbar. 99 Crown der Omega-Deck-Buff, also das Omega-Deck-Buff-Package. Und 198 Crown dann das Package für Night of Vaccine. Das Einzige, was hier natürlich wie beim letzten Mal auch fehlt, ist Susannomon. Wenn man das nicht hat, muss man entweder auf die Packages hier zugreifen oder auf andere Art und Weise sich dann Susannomon holen. Aber diese beinhalten ansonsten alles, was man jeweils braucht, um den Deck-Buff dann nutzen zu können oder beziehungsweise zu aktivieren. Also hier in dem Fall Argumon und Garbumon, Digi-Eier, Garbumon-Black, Argumon-Black und Garbumon-Kriss-Garurumon und Argumon-Black-Blitz-Greymon. Plus natürlich die Low-Class-Datas, die man benötigt, Evoluta, die man benötigt und dann auch noch die Joggriss-Datas jeweils für Omnimon-Alter-S. Bei Argumon und Garbumon, beziehungsweise Garbumon-Black und Argumon-Black muss man aber auch noch die Joggriss-Quest natürlich machen für die Omnimons, die dazugehören. Also dann, das wird ja nicht durch das Package erleichtert, sondern die Quests muss man trotzdem da noch machen. Und bei Night of Vaccine sieht es ähnlich aus. Da sind Argumon und Garbumon, die Digi-Eier dabei, Ryudamon, Dorumon, Raptor, Dramon natürlich für Alphamon. Argumon-Black und Garbumon-Black für Omnimon-Sword sind dabei. Vemon-Vedramon für Magnamon ist dabei, ebenfalls auch noch mit dem Miracle-Capsule, also dem Digi-Armor-Ei des Wunders. Vemon-Vedramon, äh, genau, das hatten wir schon, Vemon-Imperial-Dramon und, ähm, Wormon-Imperial-Dramon sind auch noch mit dabei. Und da ist auch dann, ähm, das mit den zwei Holy Rings, die man benötigt dabei. Und Blue-Dragomons-Digicore jeweils sind beide verfügbar. Also wie immer zum Deck-Buff-Unlocken sind das auf jeden Fall solide Packages. Also da kann man nichts sagen. Gerade das für Night of Vaccine ist echt super. Dann haben wir noch, ähm, zum Abschluss die beiden Limited Edition, ähm, Slot-Open-Packages dabei. Also einmal die Light-Variante und das normale Slot-Open-Package. Die Light-Variante kostet Vemon 49 Crown, beinhaltet 5 Demon-Archive-Expansions, 20 Warehouse-Expansions und 10 Inventory-Expansions. Und die 99 Crown-Variante, also Slot-Open-Package, beinhaltet eine Mercenary-Slot-Expansion, 5 Archive-Expansions, 20 Warehouse-Expansions und 20 Inventory-Expansions. Und das war dann alles, was in diesem neuen Event und Update mit dabei ist. Also ich muss persönlich sagen, das ist extrem mau. Also gerade bei dem Event, da ist im Prinzip ja nichts Neues mit dabei und die Updates betreffen uns ja nicht, weil das, ja, die neue Cardimo-Webseite hauptsächlich betrifft. Und in der Akt gehabt ihr den Notiz sind ja nicht mal dabei. Und ja, ansonsten ist es nur dasselbe EP-Event, was wir immer noch haben, dann für zwei Wochen fortgesetzt. Plus halt, wie gesagt, ein paar Sachen im Shop, aber das war's dann auch. Also da müssen die wirklich jetzt mal anfangen, sich mal hinzusetzen und mal wieder, ja, interessante Sachen reinbringen. Irgendwelche, was weiß ich, coolen, neuen Ideen für Updates oder beziehungsweise auch, ähm, auch mal wieder ein neues Digimon wäre wirklich mal angebracht, dass da jetzt mal wieder was kommen würde. Weil, wie wir wissen, Gabumon, Bond of Friendship ist ja nie zu uns gekommen und auch auf Cardimo-Om waren sowohl Agumon, Bond of Courage und Gabumon, Bond of Friendship jetzt auch nicht mehr in den Summons dabei. Also da müssen die jetzt wirklich auch mal wieder für was Neues sorgen. Weil nur mit diesen kleinen Verbesserungen, die die immer mal wieder ab und zu in den Updates jetzt reinhauen, wird man nicht das Interesse der Spieler behalten können. Und vor allem bei uns aktuell auch sowieso wegen der extrem schwierigen Situation mit dem IP-Blocking ist sowieso das Interesse von vielen Spielern jetzt schon entweder komplett verschwunden oder, ja, wirklich hart auf der Kippe. Und da nur solche Events und Updates rauszuhauen, bringt nicht viel. Also da müssen sie wirklich jetzt mal sich zusammenreißen und da wieder mal was Vernünftiges machen. Aber wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne die mal in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Abonniert nicht, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.